Hallo und herzlich Willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MaxNake, ich zock für euch. Ich spiele World of Lu und schwer zu erkennen ist. Und wir waren an einem Scheideweg stehen geblieben. Und ich werde jetzt diese unerträgliche Spannung lösen. Wir machen Flying Machine, weil ich immer schon was für Flugzeuge über hatte. Da ist die Röhre. Durchgestanden, was ist denn hier los? Ein Schild. Was steht auf dem Schild? Öffnet die Tore und fliegt. Affen fliegt. Aber vergiss mich nicht, okay? Hochachtungsvoll der Schildermaler links. So, was bedeutet das jetzt für mich? Außer, dass ich keine Ahnung habe. Was seid ihr denn bitte für lustige Dingsis? Ach, guck an. Das ist ja lustig. So. Und nur die Gerätchenfrage. Wie komme ich mit den paar Buß? Ach, ich habe eine Idee, wie ich mit denen da nach ganz oben komme, weil ich kann doch damit sicherlich auch dieses ganze Dings hier hochheben, oder? Fliegt, meine Lieben. Fliegt. Und fliegt bitte in die richtige Richtung. Ansonsten wird das nämlich ein bisschen problematisch hier. So. Und jetzt kann ich die auch da draufsetzen. Und sie werden aber nicht eingesogen. Gut. Klack. Weiter geht den. Mehr konnte ich ja jetzt eigentlich auch überhaupt nicht. Plus zwei. Spitze. Das war spitze. So. Machen wir gleich mit Fistis Bock weiter, wa? Nicht zu hoch, nicht zu tief. Wir werden es versuchen. Äh. 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 Er hat geschworen, dass er niemals so sein wird wie diese Headpoles, was auch immer das ist, die aufgewachsen sind und bunte Steine aus ihrem Mund schießen ließen. Aber er wundert sich, wie es wäre, wenn. Schildermaler. Okay. Ich habe da eine Vermutung. Wie man das jetzt zu lösen hat. Ähm. Wenn ich zu tief runtergehe, wird das sicherlich hier an den Spitzen kaputt gehen. Und wenn ich zu hoch gehe, wird es auch in den Spitzen kaputt gehen. Tra la 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 la. Das heißt, ich muss hier immer mal so einen Luftballon ansetzen. Uuh. Luftballon. Los, Luftballon. Okay. Sollte man da vielleicht irgendwie doppelt Luftballon ein? Luftballons. Und den dann wieder runternehmen. Uuh. 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 Luftballon. Schnell. Uuh. Okay. Und, äh. So. 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 Äh. Nein, nicht so einen. So einen. Geschafft. Aber. Los. Der letzte da auch noch rüber. Sehr schön. Das war schräg. Wie viel haben wir denn? Sechs. Sollten wir. Zehn haben wir. Extra vier. Gut. Schön. Los. Eines können wir noch. Den Tower of Guru. Höher und höher. Okay. Okay, das ist hoch. Ähm. Die so schnell wie du kannst. Die sind stärker als du denkst. Ähm. Sie werden zusammenarbeiten müssen, um hochzukommen. Ein echter U-Tower. Ähm. Manche denken, sie hätten das vor langer, langer Zeit schon mal getan. Aber. Die Dinge waren da sehr experimenteller. Friede. Schilderzeichner. Na dann. Werden wir mal ein Fundament bauen. Weil. Ich mal davon ausgehe. Der anständige Turm. Auch immer ein gutes Fundament braucht. So. Jetzt steht das Ding schon mal. Und ich denke, wir können das jetzt hier einfach so ein bisschen hochbauen. Zack und zack und zack. Wer strebt eben nicht vergessen. Oh Gott. Wie sieht das denn aus? Das ist ja nicht ordentlich hier. Muss das aber auch nicht sein. Wir wollen ja schließlich nur hoch. So. Müssen wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen anbauen. Und da noch ein bisschen anbauen. Nee, 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 nee. Ich wollte das hier so mit so zu drei. Genau, so. So. Nee, so. Och. So. Zack. Zack, zack. Hier einen hin. Wieso fällt der blöde Turm denn jetzt nach links? Weil hier ein Element fehlt. Zack, zack, zack. Verschärft. Verstärkt. So. Können wir uns bitte irgendwie nach rechts fallen oder so? Nach. Höhöhöhö. Okay, hier noch eine Stütze hin. Da noch eine Stütze hin. Zack. Steht ja zumindest wieder irgendwie stabil. So. Sechs Meter zwanzig noch. Das wird doch nix, wenn ich das jetzt... So. Nee. Genau so wollte ich den. Und so. Ach du Schande. Das ist ja noch ewig weit. Dann müssen wir hier mal anfangen, irgendwie so ein bisschen... ...verstärken. Sonst gibt uns der Turm gleich um. Und das wollen wir schließlich nicht. Das Problem ist aber bei diesem Turm jetzt, dass ich da... ...wann... ...25... ...Bus... ...in die Zielgerade bringen muss. Und äh... ...nein... 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 ...schwachstelle hier unten? ...schwachstelle hier unten? Ach du Scheiße. Ich glaube, das machen wir nochmal. Das war nicht gut. Also wir haben jede Menge Gu. Wir bauen hier unten wieder unser Fundament. Diesmal bauen wir es vielleicht direkt mal eins größer. So... ...hätte ich jetzt Bauingenieurwesen studiert, wäre das auch total gut gewesen. Dann wüsste ich nämlich, wie man solche Dinger wirklich baut. So... Hier noch so ein Abstützevorrichtungsdings. Da noch so ein Abstützevorrichtungsdings. Das können wir hier nämlich... ...quasi... ...so diese Dreierdinger hochbauen. So... ...so... 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 ...ne... ...äh... ...da haben wir jetzt irgendwo Mist gebaut. So... ...so... 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 So, wo kackt er gleich ab? Ich glaube hier. Da versteifen wir nochmal ein bisschen. Hier auch. So. So. Und so. Und so. Und müssen immer noch ewig weit. Uiuiui. Na gut. Macht ja nix. Kennst ja aus mit sowas. Wir machen das ja schon unser Leben lang. Türmchen bauen. So. Naja. So oder so ähnlich. Ist der ganze Turm ein bisschen organischer. Was mich echt nervt ist, dass die ganzen Goose hier oben in der Spitze rum honken. Muss ich natürlich einen extrem schlechten Einfluss auf, wenn wir erstmal die Statik haben. So, aber so fürchterlich weit kann es jetzt auch nicht mehr sein. Ich glaube, der stabilisiert das dann einfach schon dadurch, dass er angezogen wird. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Yay, Ziel erreicht. Ich möchte hier aber die extra Goose noch. Los, hoch da. Alle. Ist auch ein ganz hervorragender Turm. Los, los, los. 42. Na, wenn das mal nicht gut ist. Hm? 17 extra. Na gut. Aber wir haben es geschafft. So. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Zackt viel, zackt höhen. Macht's gut. Tief. Tief. Sch Woman. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020